Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum EM-Orakel und zur Partie Ungarn gegen Belgien, meine beiden Teens. Ich habe mich für Belgien entschieden und spiele gemeinsam mit Thomas gegen Jana 2 Trottel. So ein Trottel hinzelfen, ne, Aufstellung, was ist das? Fällig? Ja, ich glaub die noch nicht mehr in Pascal. Pascal heißt er. Initialen sind pp. Ja, so ein Schuss recht, richtig. Mit Pech gestart. Und dabei hatte ich schon so viel Glück. Ja? Dann nennen wir mal ein Glück. Ich glaube, wir haben mal den Tod. Ich hab' den Tod. Hä, den Tod? Ich wollte grad sagen, den Kot. Ja, das macht er ja, wenn er vor der Flay-Z-Kang muss, den Kot angehen. Und weil der Tod. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Der Tod. Und durch den Tod. Ich hab' den Tod. Da ist die Krämer. Nee, mein, was? Das ist die Krämer. Das ist die Krämer. Das ist die Krämer. das kann das auch hin er weiß ist 1.000 das gilt von einzugiedern die teilzunehmen ja natürlich was das schaft sie bekommen abgabend vor Ort erbauten nee aber jetzt werde ich was so was ne, Antje so Hudi, mach nochmal und mach's den wieder, Pascal mach wieder nur geplinte Scheiß er weiß nicht wie er spielen soll gegen den Bord lol bling 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 Pascal sieht heute blank ok Schering aus, was sie nix drücken nix ich hasse es bei Regen weil Schnee ist noch schlimmer so, viel Spaß bei der Nationalhymne meine Guten her h Wir haben ja gerade richtig spart, denn Pascal ist ein Klofaschist. Oder Spartist. Fickishist. Pascal, nee, ich sag jetzt nicht, was ich eben gesagt habe, aber Pascal liebt es einfach, Löcher in andere Infizienzen zu machen. Pascal, naja, deswegen, also ich habe mich schon gewundert. Oh, überbeult. Oh, komm. So, die Frage, die sich alle stellen, werde ich vielleicht mal erst Niederlagen feststellen, aber ich sage, noin. Ja, dadurch, dass wir von den Statistiken ja das beste Team haben. Richtig, von den Statistiken. Aber in der Umsetzung ist es immer noch eine andere Frage. Ja, und man darf auch nicht unterschätzen, dass in Belkin hat zwar jetzt auch zwei Spiele gewonnen, eins verloren eben gegen Italien, aber und Ungarn hat fünf Punkte. Das erste Spiel geht in Österreich gewonnen und dann zwei Remediales. Taktische Gespräche hier. Taktische Gespräche, bestimmt, Pascal, nur lass mich nach vorne laufen. Ja, weil der Solo-Aktion ist auch die Humane, der gute Pascal. Hat man ja bei mir gesehen? Äh, warte. Gibt's, glaub ich. Ja, hat man gesehen. Ich glaube nämlich, Tobi, doch für ihn nämlich nur die Ballabnahmen Arbeit machen. Schön, treigend zu haben. Ah, da konnte ich nicht anders machen, dadurch, dass Tobi mich abgedrängt hat. Oh, 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 oh. Ja, das ist echt, ey. Und? Ja, du kamst immer alles. Auch, ähm, meinen Sätzen, Klaus, du mir auch immer. Oh, der war sauber gespielt. Nein, das war ich, oh Mann. Warum machte ich ihn so schlecht? Guck mal, den Trick mit dem Jogginghose. Ich liebe diesen Kirali. Der ist so geil, dass er in einem Jogginghose alles drauf hat. Ey, der Freistuss vor uns will ich auch für meinen. Achso, das finde ich schon. Alter, da habe ich das Gefühl, ich bin nur mit Spass und Freuden schützt. Ja, bin ich denn Spass? Ja. Wirklich, ich bin unter der Ecke, oder? Ja, was? In dem Sinne leiden wir alle irgendwo ein bisschen unter Spassmus. Spassmus? 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 Ist die krank? Oh, was mache ich da? Ist die medizinische, äh, äh... Es ist egal, Thomas. Kommt, ich ziehe dich jetzt auf die Ecke, die ich hier ausfügt. Ja, Mann. Ja, Mann. Es war meine eigene Ecke, aber egal. Ich habe einfach gehabt. Ich habe einfach... Mach so lange jetzt. Das? Leih! 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 das ist ja ruhig und sicher gespielt oder hab ich da irgendwie jetzt was falsch gemacht Nö, alles gut Tobi, du bist schon wieder meine Spieler Ja, so schießt, schießt Ja, geil, wieder der Führungstreffer, Alter Schönes Ding Das hast du Gut gemacht, guck mal, was mach ich Durch, nicht durch Das hast du schön gemacht, das ist ein schönes Ding Ach Gott, äh Ein bisschen muss man ja mal sehen Einmal ist ja in meinem Ort Einmal ist Pflicht Ach, ja, das war schlicht Wie lol das einfach mal war Wie kann das sein, dass ich so an dem vorbeigekommen bin Du musst einfach besser Ich bin nur schräg gelaufen Ich glaub, der war zu weit Wie gehört Ja, falsch Ich hab wirklich keine Ahnung Für Manchmal finde ich, das sind nur so Kleinigkeiten Und das ist eigentlich überhaupt kein Furchtungswert Ist ja gut Ja, ich bin nur so klasse Ja, ich bin nur so klein Manchmal ist das einfach Ich bin nur so klein ist das hat den da jetzt gemacht 0 Loll. Hier ist mal... Elfmeter, komm, der ist am Ring mit oben. Bestimmt. Oh, und ich schieß sogar. Oh, du musst halten. Ja. 2-0. Warte. Ja, Loll. Wieder einfach mal so... Geh in die Ecke. Ich bin mich schämen gegangen. Na, das war... Ja, ich hab grad noch passend gedruckt. Äh, die Stoßen haben so... Lauf, lauf und wir schießen. Uff, 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 uff. Hä? What? Ach, das klingt... Nee, ich bin was. Aber, what? Was war das denn jetzt? Auf einmal sieht man Elfmeter. Hä? Also, da war doch grad nichts, oder lieber zu schauen, was sagt hier? Also, ich finde, da war nichts. Äh, ich sehe da auch nichts. Ja, ich auch nicht. Ja, er hat ihn gegeben und fertig ist. Dann muss es so stimmen. Na, das bezweifle ich, wir haben können wir uns ja so oder so. Ja, aber das bezweifle ich, dass da irgendwas richtig neu ist. Manchmal wird er später würde sie komisch auch gegeben, dass man ja auch nicht vergessen. Pfff. Was macht ihr da eine Erländer am Tor, ey? Na, klar. Auf jeden Fall von uns. Auf jeden Fall von uns. Ah, nee, der Spieler war am Absetzen, Leute. Der unverernsthaft am Absetz. Hä, wie? Einfach. Der letzte Mann war doch am Pfosten. Nee, ich bin rausgelaufen. Nee, ich bin ins Tor gelaufen, deswegen. Ich will es einfach machen. Oh, Mann. Oh, nein. Ah, der Wack hat sie gemacht, ich weiß. Ah. Der Wack hat sie gemacht, ich weiß. Der Wack hat sie aufengend. Nee, das war aufengend. Nee, das war aufengend. Nee, das war aufengend. Nee, das war aufengend. Da war ich sie keine Vorwürfe. Ja, meine, ich hätte aber nicht zu dir passend, und ich hatte noch Luft. nach ich hätte nur laufen sind geplänkelte gerade höchstens mittelfeld geplänker dann sieht man aber wieder auflauflauflauf auf warte können wir mal schauen ein ja abseits ist abseits was die denn jetzt ich dachte da läufst du noch mit ja er ist ja auch schon schießen können ja es kommt auch selbe hinaus aber es steht hier und das anders gibt es hier schließen so so und so sie das ist jetzt eine Ecke, die wir ausgeholt haben. So, mach ich wieder. Ja, da kommt sie. Boah, das war knappo. Das war so eng, dass ich kaltes Arsch noch. Ich hab' jetzt schon wieder gedacht, da kommt sie wieder so komische Explosion zustande. Ja, wäre auch komisch gewesen. Ja, aber der zweite Explosion, das war ja wirklich kurios eben. Ja, das war ja wirklich gar nichts, jetzt ich hab' dann nichts gesehen. Aber ne Ecke. Thomas, alles gut zu machen? Ja, irgendwie juckt seit dem letzten Spiel in der Nase. Irgendwas ist doch noch nicht. Ey, ich drehe da dreimal nach. Mach mal Ecke. Warum geht mein Torwart da nicht so? Unser Torwart. Warum geht der Torwart da nicht so? Warum? Warum? rechts, Alex, rechts, rechts, rechts. So. Ah, doch nicht sauber. Der Torwart hat ihn. Schlag nach vorne. Oder ist sogar einer. Da sind sogar zwei. Ah! Ah, ne, warte. Ah, der war... So werden. Stark, Thomas. Ja, der war jetzt libyschen... Halbzeit. Ne, freisch. Manchmal frage ich mich, was der Torwart da pfeift, jetzt mal ohne Witz. Das war einfach für dich. Ich sag doch, ich bezweifle, dass da alles so wichtig war. Ja, das sind eben diese kleinen Bugs, also... Bugs? Ja, das ist mittlerweile... Ja, ne. Ja, ne. Das war, also hätte das jetzt nicht ausgefüßen, ne? Ja, war ja ausgefüttet. Ja, war ja ausgefüttet. er hat die nach 19 Uhr los ja dann 1 1 1 1 ich schließe mich hier in 2 1 an also gibt es zwei neue Geld ah das war deine eine Chance die versummt worden ist zwei neue Geld zwei neue Geld ich muss jetzt mal kurz überlegen ja nicht so gut da ist doch noch was ja egal oh Gott ich tippe 3 1 Bällchen so schnell eindeutiger so dann mach ich du machst das oh Gott ey ey ich kann sie auch aufs Tisch legen ne so können wir weiter machen ah weiter schon konzentriert so etwas muss ich nicht ey 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 so war aber beigespielt ja dein eigener was dein eigener geköpft ja absolut egal so jetzt bin ich auch mal wieder am Mikro denn wir haben hier jetzt ein schönes Buffet aber das Spiel werden wir doch zu Ende spielen und dann können wir uns das Pascal nein wo ich leider das im Mund habe ist doch in Ordnung ok so wir haben Kontrolle wir haben und wir kommen mit Prozent Prozent aufwärtsen nur auf jeden Fall von Tobi war ich weiß nicht ich bin und aber dann muss ich denn das ja schade das ist vielleicht ein bisschen der kommt es kann für jedes Mal die jetzt noch was nimmst nein trotzdem für jedes Mal was du jetzt nimmst so oft darf ich dir in den Arsch in den Arsch ja in den Aua so richtig ins Loch oder wie ja Fisting auf die Hunger angenehme Arsch na tut mir leid dass man scheißpastiniert ich hab den Ball noch na ja erlaubt niemals lang ein aber bis jetzt können wir bis jetzt können wir uns ja noch ein bisschen zurücklehnen bei Berliner mit 2 0 ja aber nicht leichtsinnig werden nein leichtsinnig werde ich nicht aber ein bisschen nach unten in und in 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 der in die Köln ich hab's mit ich bin auch auf der Welt mit mein LKW aus dem Passen ja aber das sind seit Jahren Euro und zwar müssen zu tun ja das stimmt meine Meinung zu bürstischen das ist kurz was die mich in der Schlaf hier wenn ihr euch jetzt mal ausgestimmt die Hälfte erst mal einfach klären zu einer Sitz-Dienst gesetzt sie gibt es so muss man mit ihm sprechen so muss man mit dem man muss die jungen und schlägt dort das ist das natürlich wir jetzt mit dem Weg abwesendet bitte schuldig erholt wieder das gemacht hat das ist auch schon ich glaube ich bin Schuss. So, komm, wir wechseln. Wir wechseln. Und du machst das? Okay. Soll ich in den Arsch fissen? Ich hab das natürlich was gekriegt, so ist das nicht. Ich krieg alles mit. Ah, fissing! Was? Fisch mir jetzt auf die Seiten auf, oder wie? Ja, ich will die gerade, also ich hab erstmal in der Mitte eingepackt. Ähm, pack... Äh, pack... Diesen komischen... Nach innen, und wechsel den aus. Dachte ich mir jetzt, dass wir dann schon zwei frische Seiten haben. Und dass die Mitte dann etwas verbraucht wird. Dann machen wir das so. Ja, so dachte ich mir. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Also, Nummer eins, ich fiss du fast gar nicht in den Arsch. Nummer zwei, ich fiss du fast gar nicht in den Arsch. Also, fiss gar nicht. Ach, soll ich dir schon dreimal? Okay. Ich kann das ja später auf Video aufnehmen. Und ziehe ich mein Finger tief in den Arschloch rein. Ja, ich bin dann schon die ganze Faust. Na, ich bin dann schon die ganze Faust. Das ist ein ganz kleines Arschloch, das noch hat. Wie faktLECH. Ich hablles... Wollt... Weil du kannst faut... Wenn du eben was... ...was insgesamt ist... ... veterans, so skiing nicht zuges raptiert. so schön wie sie schaden ist das schön noch viel ist es gelobt der Witz ist ich jetzt mache ich will sie sehen es online stehen auch ganz klar aber weiter also ich bin nicht zu spüren wie Thomas er heißt mit der Beirut der Diener auf dort ist ein Teil einer Nase gestoppt es ist noch ein das ist stark das war recht war ich hab da drückte genau das war es und er hat sich du musst beendet die zu klären ist er noch mal gut gegangen die beste Bilanz irgendwie Klub mit Tobias immer die Spieler die ich habe ohne Scheiß jetzt Prozent Türen von der Zeit so gut die Fächerin sie haben gesagt nach dem Spiel ich habe ich will es ja auch das schmeckt er war einfach so geil die Linie Ortegela das ist der Fall was? Was für Kalle passen! Oooo! Huuu! In Hesse ist es geil! Yes! Der war schön gemacht, das war ein schöner Unterschied. Das war ein schöner Unterschied! Was auch schönes war. Nach seiner Standard-Situationen, noch was Geiles rausgegangen. Ich weiß was, dass sie sich gerade trinken! Oh, gegen für euch was essen! Fuck you! This is Teppich-Ficker! Shut up! Hey, Sleepo ist nie allein! Shut up! Shut up, Bill! im aber auch in 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 Prozent ein mehr Kraft machen können Mittel nach da ich hab zwei gegen mich verabschieden das war das das abseits abseits Schwarz-Hein Karte wir sind sehr viel Mieter oder auch nicht ja angeblich die abdull hat sich so noch mal sind es gibt es es ist schon auch wir haben gesagt dass sie er ja das ist nach der hat von mir gemacht der Wacker von mir gemacht die Anzeigen sie geht gar nicht Alter das hört sich an als würden wie hier über eine Orgie Feierleiter ist Nr. 2 zwei Jahre gedanken Kinder der Rutsch der Ruf aus auch ich weiß es nicht das ist alles gut alles gut das ist sie zu werden Nene die Berkunden da der Möckchen nach dem Spiel zum Glück um ja das Ding ist ich bin natürlich auch vorsichtig die Chance schmerzen doch jetzt schießt wächst noch mal schnell zum Schluss keine Ahnung, dann wechseln wir nicht okay, wir wollen wechseln wollen wir mal was probieren und Hazard ist ausgelutscht ja, alter jetzt also, wir haben das mit dem Bildern das ist egal, guck mal die beiden Stimmen ja, das regeln wir schon wir führen 3-0, hallo äh, sagen wir mal wie viele haben wir jetzt gemacht wie viele von uns 2, ich glaube, 2, ich 2, ne die sind hier 3-0 äh, ja, schlimm du hast das 1-0 gemacht das 2-0, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern und das 3-0 habe ich gemacht, das heißt, ich glaube 2-1 äh, warum kommt noch bei uns ein Spieler soll ich eigentlich wechseln? also, ein Kontist, ne? so, Thomas? ja 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 und ich lobe erstmal ja 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 vor Ort schade und gut ja 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 er geht nicht ab und zu sagen ich bin erinnert ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin 1 und ich auch gerade sagen wollen ja das war es gut gemacht ja es gibt jetzt noch zwei Begegnungen Freude auf die da gibt es natürlich wieder andere Konstellationen immer sehen ob es da, wer weiß, Wade schwirrt jetzt gleich, wie ihr das nur schön wir haben Gurken, wir haben Paprika, wir haben Tomaten, wir haben Karotten und wir haben jede Menge Brot bis dahin, Tschüss Tschüss